Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Schalke hat sich ja mit drei Pflichtspiel-Niederlagen am Stück in die Leadership-Pause verabschiedet und diese Phase bot auch keinen guten Raum für die Rückkehr von Benni Latzer in die Startelf nach langer Verletzungspause. Doch Dimitrios Gmonzis stärkt ihm dennoch demonstrativ den Rücken. Er ist in der Kapitel und auf dem Platz eine wichtige Persönlichkeit. Wenn er für 60, 70 Minuten fit ist, dann spielt er bei mir jetzt. Zitiert der Kicker den Chefcoach der Königsblauen. Latzer hatte sich ja zum Saisonauftakt gegen den Hamburger SV um Knie verletzt, kehrte Ende Oktober gegen den 1. FCA in einem erstmals in die Startelf zurück. Gegen den FCA und zuletzt gegen den SV Darmstadt brachte ein reißjähriges Team aber nicht die gewünschte Abilität im Mittelfeld. Wohlmöglich waren aber auch die Erwartungen an den Sommernutzugang in dieser Hinsicht auch zu groß. Es ist klar, dass Dimitrios nach seiner langen Verletzung noch nicht bei 100% ist, denn Gmonz ist in Druck aus der Angelegenheit. Die Hoffnung dürfte nun lauten, dass sich Latzer nach der Lernstiefpause in gesteigerter Form präsentiert, denn mit seinem Auftritt beim 2 zu 4 gegen seinen Ex-Klub Darmstadt geht der Spielführer auch selbstkritisch um. Wir haben den Gegner zum Toreschießen eingeladen. Auch mir ist ein schwerer Fehler von den zweiten Gegentreffern unterlaufen, sieht das Fachmagazin in Achter. Und durchaus bezeichnend war es ja auch, dass Rodrigo Salazar nach seiner Einwechslung für Latzer prompt der beste Schalke auf dem Feld war. Am Status von Latzer als absoluter Führungsspieler rüttelt das allerdings noch nicht. Also, das ist also die Aussagen von Gramozzi zu, denn die letzte auch Latzer hat selber natürlich eingesehen, dass es wirklich überhaupt kein gutes Spiel von ihm war. Ich habe trotzdem noch nicht meine Hoffnung verloren, weil es war jetzt ein schlechtes Spiel von Latzer, es war aber auch generell ein schlechtes Spiel von uns. Und ich glaube, er wird noch ein ganz, ganz richtiger Faktor im Mittelfeld werden. Womöglich dann auch neben Rodrigo Salazar, der auch, wie schon angesprochen, in unserer Offensive durchaus frischen Wind gab. Und aktuell ja auch gefühlt mit der einzigen oder mit der beste Offensiv ist, was einfach manche Offensivszenen einfach so angeht. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!